Ich glaube, ich bin da. Mal gucken. Ja, genau. Hier ist das Schwimmbad. Ich gehe mal rein. Vielleicht ist Terry ja schon drin. Beziehungsweise es gehört dir doch. Terry? Laura? Hey. Aber Terry, was ist mit dir los? Ich habe schnupft. Schwimmst du heute etwa nicht mit? Nee, leider nicht. Aber Laura, die macht sich gerade noch fertig. Okay, dann gute Besserung. Wir sehen uns dann im Spad. Wo sind die Onkel Ader? Okay. Ich habe jetzt viel Spaß. Mann, du tust mir total leid. Egal, du kannst uns ja zugucken. Das macht dir zwar nichts besser, aber okay. Okay. Und wo ist Emma? Die ist sich um Ziel. Sie müsste gleich da sein. Okay, Terry, nimm lieber mein Taschenduch. Äh, ja. Freu mich schon, Ibels. Ich auch. Zuerst. Okay, Laura, wenn du das meinst. Natürlich meine ich das zu Emma. Okay, alles okay. Das ist so abgefahren. Wuhu. So, jetzt aber ich. Wuhu. Oh, ich muss wieder ins Land. Ich habe mein Armband vergessen auszuziehen. Okay. Okay. Wuhu. Wuhu. Ich bin wieder da. Macht das Spaß. Ach, endlich machen wir mal nur was zu zweit. Beziehungsweise Eigenquoten würde ich es ja zu dritt machen. Ja, ihr habt immer so viel zu tun und ich weiß nicht, wo ihr seid. Was macht ihr denn da? Äh, ja, so Dinge halt. Was Freundinnen halt eben tun. Ja, aber das könnt ihr doch mit mir machen, oder? Äh, ja, so. Wenn du das jetzt so gesagst. Wir gehen immer zu meiner Oma und wie kann ich nicht ausstehen? Moment mal, ich bin doch auch ein Vampir wie du. Warum kann sie mich da nicht ausstehen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil du ein bisschen zickig bist. Hey, das kriegst du wieder. Okay, ich springe. Wuhu. Ich auch. Und... Wuhu. Ach man, ihr habt ja so viel Spaß. Irgendein Handy klingelt gerade. Hallo? Hier, Cherry. Und das ist Emma's Handy. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist da? Ich bin's. Ich bin's. Oh, Äh, Aiden. Aiden, äh, äh, äh. Ich verstehe Sie nur ganz schlecht. was komisch aufgelegt kann das nur sein eine sms und ein bisschen sofort ist im wasser mädchen raus da sie hören mich nicht ich muss rein aber ich kann nicht ich will nicht ich darf nicht jetzt sind sie für immer geschichte was ist das etwas ist das was ist das und ein terry da oben sie ruft uns schnell raus hier was ist los mit ihr laura ich muss es schaffen ich muss es schaffen ich muss es schaffen ich muss es ich habe es geschafft oh gott die mädchen Oh nein, was ist los mit euch? Oh nein, ich muss sofort irgendjemanden rufen. Oh, ab zum Haustelefon. Autsch. Du musst dir keine Sorgen machen. In ein paar Tagen sind sie wieder wie neu und schick. Sind sie sich da sicher? Ja, natürlich. Ich weiß noch nicht, woran es lag, aber es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Und ich muss jetzt zu meiner Medium-Periküre und dann habe ich noch einen Friseurtermin. Oh, und ich muss meine Schminken nachschminken lassen. Schminken nachschminken lassen. Das hört sich ja sehr genau an. Und so jemand arbeitet im Krankenhaus. Hey, wer sind sie? Und was wollen sie hier? Blondine! Hallo! Hey, sie warten jetzt mal hier. Was wollen sie? Und wer sind sie? Ich warne sie. Ich bin... Ich bin Spionin. Sie sind doch eine arme Stunde, oder? Wow! Das ist ja meine Frau. Moment mal, sie sind doch gar keine Frau. Doch, das bin ich. Ach, das merke ich doch. Ich habe ihre Pärre. Oh, oh. Ähm. Mr. General. Ups, ich habe sie ja gar nicht... Ich wusste ja nicht, dass sie es sind. Meine Teilung ist anscheinend aufgeflogen. Ich bin wohl nicht der Beste. Ich will nur gucken, die Ursache. Und wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Was zum... Was ist das? Das Wasser ist ja giftgrün gefärbt. Was? Giftgrün gefärbt? Ja, genau. Giftgrün gefärbt. Ah, ups. Fast wäre ich reingeflogen. Dieser Geruch ist so anziehend. Wir müssen das total sofort schließen lassen. Er hat bestimmt noch weiteres vor. Aber Emma ist eine Heldin. Und du, Terry, musst dich erholen. Bald wird eine neue Mission kommen. Mach dich darauf gefasst. Was ist passiert? Was ist passiert? Laura? Wir werden doch schwimmen. Und dann dieses... komische... Oh, Mann. Und dann... Oh, Mann. Und dann... Und dann... Oh, Mann.